Hormonbalance und Kinderwunsch? Da habe ich ein Vitamin für dich, das ganz besonders wichtig ist. Und zwar geht es um Vitamin B6. Das ist ein wasserlösliches B-Vitamin und trägt zur normalen Funktion des Immunsystems und des Energiestoffwechsels bei. Es hat aber im Kinderwunsch auch noch eine ganz besonders wichtige Funktion. Aber schauen wir uns mal an, wo ist eigentlich Vitamin B6 enthalten? Zum einen ist es in Fleisch und Fisch enthalten, du findest es aber auch in Vollkornprodukten und in grünem Gemüse. Und zu viel kannst du eigentlich nicht zu dir nehmen, weil es wasserlöslich ist und damit über die Viere ausgeschieden werden kann. So, warum ist Vitamin B6 jetzt im Kinderwunsch relevant? Relativ einfach, es trägt zur Regulierung des Hormonstoffwechsels bei. Und gerade wenn du vorher zum Beispiel hormonell verhütet hast, kann es sein, dass dein Hormonstoffwechsel ganz schön durcheinander ist. Und hier kann Vitamin B6 tatsächlich unterstützend wirken. Und auch in der Schwangerschaft ist Vitamin B6 dann tatsächlich sehr, sehr relevant. Und zwar ist es wichtig für den Aufbau von roten Blutkörperchen. Und während der Schwangerschaft, um sich auf die Geburt vorzubereiten, produziert dein Körper erheblich mehr Blut. Ein Liter bis eineinhalb Liter. Und um die zu produzieren, braucht ihr neue rote Blutkörperchen. Und dafür wiederum Vitamin B6. Und deswegen enthält Babyforte Kinderwunsch neben anderen wichtigen Spurenelementen und Vitaminen selbstverständlich auch Vitamin B6. Aufbau von Canon B6. Bis zum nächsten Mal.